Sagen, ich probiere einfach mal aus EE Forschungsfestung kann ausgeglichener Fokus und ja gibt Ihnen von mir aus auch mehr Leistungen. Ihr könnt auch eigenständig agieren. Rana-Festung. Ja, ist ja auch eigentlich kein Wunder. Dann sind wir bei 45. 15 Monate. Das dauert ja lange. Psyonische Fähigkeiten. Oh. Ja, okay. Ich meine, Loyale sind sie trotzdem. Föderationseinladung. Fuck, nein. Sonst brauche ich jedes Mal ihre Zustimmung, wenn ich den Krieg erklären will und die KI ist, was das angeht, sehr doppelzüngig. Also wenn ein gefallenes Reich, das erwacht ist und Zeit der Föderation ist, einen Krieg anfangen will, sagen alle sofort ja. Aber sobald man selber einen Krieg erklären will, auch wenn es besagtes erwachtes Reich ist, dass die Föderation schon längst verlassen hat und dann mehrere Kriege gegen diese Föderation geführt hat, sagen alle nein. Deshalb werde ich, solange die Diplomatie im Spiel so aussieht wie jetzt, auch keine Föderation spielen. Auch wenn ich es an sich sehr spannend fände. Und das ist auch echt sehr schade, weil ich einige Völker habe, die wirklich halt zusammen stark wären. Also wo ich wirklich auch angedacht habe, dass die später halt praktisch sehr eng zusammenarbeiten sollen. So, auch nochmal rüber auf Vulcanus. So, Plasmakanonen groß gegen Materie-Desintegrator. Ich meine, es ist besser gegen Panzerung, dafür aber schwächer gegen Rumpf. Macht allgemein mehr Schaden. Hat eine höhere Reichweite. So, ich hoffe, dass jetzt da keiner reingeht. So, die Asiaten erholen sich. Endlich. Hat ja nur 266 Jahre gedauert. Ich habe hier Bevölkerungskontrollen. Genau. Vicky. Und Roboter. Ja, gut. Okay. Ich habe hier, ich habe hier gewelt. Oh. Und das habe ich hier. Oh. Oh. youngleş ist es schade. Oh. 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 Gebt ihnen mehr Leistungen, ja. Bringt, ändert ja alles nichts. Warum habe ich doch eigentlich das hier in die Hände eines Sektors gegeben? Ich habe nur die Befürchtung, dass der gleich auch meint, hier alles umwerfen zu müssen. So, welche von denen ist jetzt die erste? Das ist die erste, dann folgst du der ersten. Die erste fliegt in den Orbit ein. So, dann ist das voll. Evolutionskontrolle. Sozialforschung, das ist jetzt gerade egal, das hier ist gerade wichtiger. So, damit können wir auch nützliche Eigenschaften entfernen. Das war das, was uns bisher gestört hat. Und fortschrittliche Eigenschaften, damit haben wir noch ein paar sehr schöne. Moment, stopp, 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 stopp. So, das hier ist... Ja, jetzt können wir auch wirklich alles sehen. Ich glaube, eine Stufe gibt es noch, aber das ist auch egal. Hier hätte ich noch Gaia-Welten, aber... Ich möchte die eigentlich gar nicht erforschen. Maximal eine Distrikte, minus 30 Prozent, euer Ernst? Wo war das andere? Das, äh... Das hier meine ich. Ich brauche nämlich einfach viel mehr Mineralien. So, dann bauen wir auch das jetzt ab. Ich meine, wir können dunkle Materie eh für nichts einsetzen, außer zum Handeln, aber... So, ihre Waffen sind... Auch effektiv gegen Hülle, sonst würde ich sagen, wir gehen voll Hülle. Ich überlege wirklich, ob ich auf Schilde gehen soll für die Korvetten. Aber sobald die hier durchfliegen, werden sich die Schilde nicht mehr aufladen. Der Planet hier könnte auch gut sein als, äh, Forschungswelt. So. Sehr kreativer Name, dann weiß ich aber auch direkt, was ich damit vorhatte. Die Säuberung beginnt bei euch, ähm. Ich säubere hier gerade. Stell dich hinten an. So, ich bin mir grad nicht sicher, aber... Wenn ich eine Armee lande, sinkt da nicht auch ihr Unterhalt? Künstliche Drachenschuppen. Ich hätte gerne ein paar Wikinger hier irgendwo. Versteckt gemacht. Konstruktion просто. Bis zum nächsten Mal! High-Wikinger. Ja, gut. Nein. Also unsere Soldaten dürften... sollten nicht high sein. Also... Bei aller Liebe. Wo waren wir, Wissenschaftler? Das dauert noch 13 Monate. Das ist das, was wir? Nein. Wir sind ein Haus. Aber wir nehmen das mit, dass wir es mit dem Weibladen, gesteifen. Und er hat diebäude, mit der Bühne zu gehen. Die Farbe ist in den Wirkstern. Im Wesen auf이라는 Geist. Nein, das geht auf. Im Wesen auf. Mon Kadir, Sablissur. Ach so, ich denke immer, dass die einen Koloss hätten. Aber das sind einfach nur die L-Drachen. Konstruktion complete. Kolonisation in Progresso. So, haben die anbitten. Zugang zu einem weiteren L-Tor. Es sieht eigentlich nicht danach aus. Was haben wir hier für eine Dyson-Sphäre? Okay. Ja, cool. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Drachenschuppenpanzerung. So, unseren Einfluss müssten wir allerdings mal aufsparen. 70, 70, 35, 87. Mit anderen Worten, mega teuer. So, aber hier ist irgendwo... Ach nee, das ist einfach nur das Portal. Ich wollte schon sagen. Ich dachte, da wäre noch ein Leviathan drin, den die anbitten, nicht klein gekriegt haben. Und die Amazonen haben es irgendwie mit Selbstmordkommandos. So, passt auf. Die ganzen Roboter werden jetzt einmal... rübergeschickt. Und dann können hier... ...der Bevölkerungskontrollen eingeleitet. So, Flottenkapazität... ...nehmen wir. Dann müssen wir mal anfangen. Wo haben wir... ...die Priki? Wow, ein tolles Adjektiv. So, Dekadent ist... ...das gehört sich nicht für Sklaven. Einzelgänger ist auch... ...fleißig ist okay. Abgeklemmte Nerven. Fruchtbar... ...weiß ich nicht. Köstlich? Ja, wir sind aber nicht szenophobisch. Das bringt uns also nichts. Robust, langlebig, nomadisch. Das Ding ist eigentlich möchte ich nicht, dass sie sich zu schnell vermehren. Aber da ich ja das auch verhindern kann, anderweitig verhindern kann. Wo ist... Wo ist... ...gemeinschaftlich... ...gebäudenutzung. Da nehme ich aber lieber gemeinschaftlich. Ach, ist nicht kompatibel mit... ...abgeklemmten Nerven. Nomadisch wäre vielleicht ganz gut, wenn ich sie umsiedeln muss. So, rechte fest. Ach, kann ich noch nicht. So, das dauert jetzt... ...neun Monate. Dafür das erste Stand sieben. Okay. So, die Anbitten erholen sich wieder ein bisschen. Amazon wurde der Krieg erklärt. Von den Calbret. Wenn sie das hier übernehmen, wäre das gar nicht mal... ...so ungünstig für mich. Weil ich das dann selber übernehmen kann, ohne dass sich der Amazon den Krieg erklären muss. So, ihr bewacht weiter das L-Cluster. Wobei ihr eigentlich auch ungerüstet werden müsstet. Wenn die neuen... ...Drachenschuppen-Panzerungen kommen. Andererseits ist das eh nur ein Sprung. Ja, okay. Das hier läuft nicht mehr, aber das ist okay. 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 So, das ist gleich abgeschlossen. Aus irgendeinem Grund hat das nicht alle erwischt. Situation log updated. Aber ich kann zumindest schon mal genau. Vertretbare Konditionen, Grundversorgung. Das Ding ist, durch abgeklemmte Nerven ist das halt jetzt egal, ob die glücklich sind oder nicht. Nur Soldaten, Kolonisation verboten. Ja. Ja, okay, können sie nicht mehr. Moment, doch. Das ist okay. Okay. Notieren, Kolonisation, Kolonisation. Ach, die Zeit vergeht so schön schnell jetzt. Ich bin mal gespannt, ob das sich je ändern wird. Oder ob das so eine Sache sein wird, die immer gleich bleibt. Ich meine, 2.2 sollte das Spiel ja eigentlich auch flüssiger laufen lassen. Neben dadurch, dass das komplette Wirtschaftssystem angeblich ja so viel Leistung gezogen hat. Jetzt zieht es noch mehr. So, jetzt habe ich nur noch... Jetzt müssen wir mal die ganze Liste hier aufräumen. Psionika, ja. Möchte ich aber nicht. Kontinental und Tote Welt ist okay. Ja, nein. So. Intelligent kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Abgeklemmte Nerven. Fruchtbar. Fleißig ist okay. Okay. Charismatisch ist auch okay, weil ich glaube, Dienstleistungen entstehen ja durch ihre Arbeit trotzdem noch. Vorlage anwenden. Wieso können diese Roboter auch keine Spezialistenjobs ausführen? Dann frage ich mich die ganze Zeit. Die sind alle wohnhaft. Büroangestellte. Büroangestellte sind... Warum können die das nicht? Oder sind Büroangestellte grundsätzlich... Warum können das grundsätzlich keine Roboter? Das blenden wir gerade mal um. Olympia ist das hier. Dann könnt ihr aufs Lagerhabitat. Wird ein Gebäudeplatz deaktivieren. Ja, dann brauchen wir wohl noch ein paar Jobs für euch. Und machen Bevölkerungskontrollen. zuerst! Bole. Ich bin rein. Was soll ich ehrlich sein? Was soll ich irgendwie mit dir hier ein Problem um? Ich bin ein Büroangestellte. Ein Büroangestellte? Und ich bin ein Büroangestellte. Schwung. Aber wie ist das? Deinem. Was soll ich mit dem lieber Brodeln? Ich bin ein Büroangestellte. Die ist für die neue Erwärmung esistlich. Und ich bin Kindlich. Was habt ihr? Ach, wegen... Ja, aber wegen der Roboter. Warum brauchen die Roboter unbedingt... Es sind nur normale Roboter, keine Sins. Also eigentlich... Sphere of Influence expanded. Enemy Presence exposed. Okay. Ja, die Anbinden sind bis dahin vorgedrungen. Wo ist die dritte Legion? Okay, hier geht's ja richtig ab. Konstruktion complete. So, ist hier schon Produktionsministerium. Nein. Und ich brauche unbedingt... Wo ist es? Klontanks? Hä? Kann ich nicht noch einmal... Polizeiwaffe. Was? Ist hier schon wieder neuer Start entstanden? Einmal dann auf das... Lexikon. Konstruktion complete. Staub, Erntefeind, könnte auch hin. Ja, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Erntefeindkommunikationen. 42.000. Nur um 2.500 zu kaufen. Das ist so lächerlich. Das dauert noch 2 Monate. Wahrscheinlich wird's auch nicht alle erwischen. Beziehung. Wir müssen... Beziehung. Beziehung. Spezies modifized. So, das geht in einem Monat. Dann machen wir einmal Rechte. Sklave. Grundversorgung. Haussklaverei. Konstruktion complete. Konstruktion complete.